Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute unseren Ganzheitsmediziner Dr. Ingfried Hobert da. Er ist wirklich auf der ganzen Welt schon unterwegs gewesen, um in diesen besagten Blue Zones, wo die Menschen gesund alt werden bzw. fit in die Kiste gehen, so kann man es auch nennen. Ja, einfach die neuesten bzw. das alte Wissen, um eben in die ganzheitliche Heilung zu kommen, zu integrieren, heute bei seinen Patienten. Und ein ganz spannendes Thema, was uns doch immer wieder alle so ein bisschen zwickt und zwackt sind doch die Nackenschmerzen, vielleicht auch Probleme beim Durchschlafen, weil man so das Gefühl hat, irgendwie sitzt alles nicht mehr so ganz richtig. Und auf welchen Wegen er jetzt hier wiederum eine Ordnung reinbringt in unser System. Da bin ich sehr gespannt, heute in der Sendung mit ihm darüber sprechen zu dürfen. Hallo Ingfried. Ja, ich grüße dich. Ja, schön, dass du da bist. Und ich habe direkt natürlich den Einstieg. Wir haben schon gesagt, heute geht es mal um wirklich Nackenschmerzen. Und was sind für dich da die ausschlaggebenden Punkte, die dazu führen können, dass der Nacken überhaupt wehtut? Nein, wir müssen etwas weiter ausholen. Es geht um die Balance, um das Gleichgewicht der Kräfte. Und in dem Moment, wo wir im Chinesischen sagen, wir Ying und Yang, wo Ying und Yang im Gleichgewicht sind, wo wir also in unserer Mitte sind, wo wir ja in einer entspannten, ausgeglichenen Situation sind, dann zeigt uns, dass der Körper auch in entspannter Form und Anspannung, Nackenschmerzen heißt immer, da ist irgendwo eine Spannung im System. Das heißt, irgendwas in meinem psychosozialen, psychoemotionalen Umfeld bringt mich aus der Balance raus und sorgt für eine Spannung. Das heißt, die Lösung kann erstmal nicht sein, einfach Schmerzmittel zu nehmen, sondern es geht darum, tiefer zu schauen. Und das ist etwas, was ich in meiner Praxis am Stern oder mehr mache. Es geht um präzise Diagnosestellung. Das heißt, immer auch um die Frage, nicht nur was bringt moderne Labordiagnostik an materiellen Zeichen, sondern es geht auch um die Frage, warum ist der Körper aus dem Gleichgewicht geraten? Welche Energien, welche Gedanken, welche feinstofflichen Strukturen haben den Weg dazu geebnet, dass der Körper seine Mitte, seine Balance verloren hat? Bevor wir jetzt auf die Lösung kommen, würde mich doch nochmal interessieren, du als Arzt auch, was es für Folgen hat, wenn ich einfach so mir die Schmerzmittel reinpfeife, in Anführungsstrichen Ibuprofen, Paracetamol. Weil ich denke, da geht man doch relativ leichtsinnig mit diesen Schmerzmitteln um und denkt, naja, dann kriege ich das auf jeden Fall mal weg, den Schmerz. Aber die Folgen davon sind uns, glaube ich, gar nicht bewusst. Und das bringt uns vielleicht auch an den Punkt, wo wir sagen, wir müssen eine andere Lösung finden. Genau, das ist sehr richtig. Das sind gerade die Nebenwirkungen auch von Medikamenten, die durch den ganzen Rattenschwanz hinter sich herziehen. Und man kann fast sagen, jede chemische Einflussnahme in das System fordert ihren Preis. Und ein ganz wichtiges Schlüsselorgan für unsere Gesundheit, auch für gesundes, langes Leben ist der Darm. Ein weiterer Schlüsselorgan ist die Zirbeldrüse. Dann haben wir das Vagus Parasympathicus, das vegetative Nervensystem mit dem Vagusnerv. Und dann haben wir das Fettsäuregleichgewicht im Körper. Also alles will in Balance sein. Aber vor allem diese vier Systeme und mit Chemie bringen wir auf jeden Fall schon mal durcheinander unser Darmgleichgewicht. Weil diese chemischen Strukturen in der Lage sind, die Schleimhautschichten über den Darmebithelien, wo dann auch die Darmbakterien drin sitzen, die ganz, ganz wichtig sind für die Hormonbildung. Die sitzen da drin und können verhindern, dass entsprechende Hormone produziert werden. Ich denke nur an das Tryptophan. Wenn das im Darm nicht in ausreichender Menge produziert wird, steht es uns als Serotonin, als Glückshormon und auch als Melatonin, als Schlafhormon nicht zur Verfügung. Und schon geraten wir noch mehr aus dem Gleichgewicht. Nur weil wir Dinge eingenommen haben, die auf den ersten Blick uns den Schmerz genommen haben, in der Folge dann aber einen ganzen Rattenschwanz von Nebenwirkungen haben. Ich denke da auch an Magensäureblocker, an Antibiotika. Die Nebenwirkungsliste ist so unendlich lang. Und gerade die Langzeitfolgen treten häufig an anderen Organen auf, sodass der Arzt, der sie verschrieben hat, gar nicht sieht, was er auslöst, wenn ein Patient zum Beispiel Magensäureblocker vom Gastroenterologen bekommen hat. Dann kommt es zu einer leichten, zunehmenden, dann immer stärker werdenden Zerstörung der Schutzschichten des Darmebitels. Dann können bestimmte Mineralstoffe, Vitamine vom Darm nicht mehr ausreichend in richtiger Form aufgenommen werden. Und es gibt eine große Studie, die zeigen, dass fünf Jahre später Patienten erste Zeichen von Osteoporose haben und zehn Jahre später Knochenbrüche verstärkt auftreten. Die Patienten sitzen dann aber beim Orthopäden. Sie kommen nicht zurück zu dem Magenarzt, um sich da zu beschweren. Und der Orthopäde wundert sich, warum die jetzt Osteoporose haben, obwohl sie noch gar nicht so alt sind. Ich finde auch dieses Eingreifen in die Natur. Ich meine Magensäure hat ja sicherlich, du weißt es, eine Berechtigung. Und warum soll ich dieses blockieren? Die Säure ist ja auch dazu da, um vielleicht Pilze, Parasiten abzutöten. Das kommt dann auch noch dazu. Wir wissen heute gerade in Zeiten von Covid oder nach Covid, wissen wir einfach, dass ein großer Teil der Viren über den Darm eliminiert wird. Wir wissen inzwischen sogar, welche besonderen Bakterienfloren, die können wir sogar mit Namen benennen, die speziell Viren abtöten. Zerstören wir diese Bakterienfloren mit Antibiotika oder mit Säureblockern, ist die Abwehrleistung des Körpers reduziert. Also es fordert alles irgendwo seinen Preis. Und wenn jemand Magenschmerzen hat, dann ist es eine ganz simple, super banale Botschaft des Körpers, du isst das Verkehrte. Ändere deine Nahrung. Und das ändert auch nichts daran, wenn man dann Magensäureblocker nennt. Ich habe früher im Krankenhaus, ich habe hier fünf Jahre im Krankenhaus gearbeitet, auch in der Chirurgie. Da wurde den Patienten der halbe Magen weg operiert, wegen zu viel Magensäure, wegen Magengeschwüren. Aber es hat niemals, auch nur ein Arzt, auch nur einmal über Ernährung gesprochen. Das können wir auch nicht erwarten. Wir sehen ja in den Krankenhäusern, was dafür eine Ernährung verabreicht wird. Hattet ihr das überhaupt im Studium? Ernährung? Rudimentär. Rudimentär. Eigentlich nein. Gar nicht, oder? Eigentlich nein. Und wenn wir sehen, was in Krankenhäusern, wenn die Patienten morgen schon eine Scheibe Weißbrot mit einem Schuhkochschinken auf den Teller gelegt bekommen, dann möchte man gar nicht wissen, wie das Mittagessen aussieht. Geschweig denn das Abendessen. Also das an der Stelle, wo Schulmedizin das Beste gibt, was wir inzwischen wissenschaftlich herausgefunden haben, das Beste in Anführungsstrichen, aus einer bestimmten Perspektive das Beste. Da können wir auch froh sein, dass es das gibt. Aber dass genau dort der Bereich nicht nur Prävention überhaupt nicht angesprochen wird. Dass es auch nicht in die Ursachen geht. Aber dass noch nicht mal, bis vor einiger Zeit war ja noch Rauchen im Krankenhaus erlaubt. Aber dass keiner auf die Ernährung guckt, das ist eigentlich nicht mehr vertretbar in der heutigen Zeit, dass dieser spezielle Ort der Gesundheit so miserables Essen kriegt. Ja, jetzt hast du natürlich mit deiner Klinik diesen ganzheitlichen Weltblick integriert in der Medizin. Und doch ein wichtiger Schwerpunkt scheint diese Nackenproblematik zu sein, wenn man da jetzt schon mal ernährungsmäßig dafür arbeitet. Wie könnte man jetzt noch auf äußeren Einwirkungen, welche Prozesse sind für dich da noch wichtig? Genau, du hattest ja eben jetzt gefragt, warum ist Schulmedizin hier nicht gut? Ganz einfach, weil Schulmedizin Nebenwirkungen auslöst, die einen ziemlichen Radenschwanz haben. Das Zweite ist sicherlich, dass wir hier an dieser Stelle Symptomunterdrückung machen. Das ist so, als würde im Auto ein rotes Warnlämpchen aufleuchten und wir fahren in die Werkstatt und der Mechaniker schraubt einfach das rote Birnchen raus und sagt, alles ist wieder gut. Das ist eine alte Geschichte. Und es geht nicht darum, ein Symptom einfach wegzumachen. Es geht darum, zu hinterfragen, wo kommt das Symptom her. Und wenn Menschen zu mehr entstanden oder mehr kommen, zu einer sieben- oder vierzehntägigen Kur, dann geht es darum, eine präzise Diagnose zu stellen und diese Diagnose aber auch auf den Ursprung zurückzuverfolgen. Wo hat es angefangen? Wo hat eine bestimmte innere Haltung, eine innere Programmierung aus unterbewussten, teilweise auch bewussten Strukturen zu einer Haltung geführt, die dann Gedanken nach sich zieht, die vielleicht aus dem Mangel heraus geboren sind, wo ich ständig im Leben wie ein Esel hinter einem Moorüben hinterherlaufe und so in Spannung bin, in Adrenalindominanz bin. Oder was sitzt mir im Nacken? Mir sitzt was im Nacken. Ich trage was auf der Schulter. Ich trage eine Last. Und da ist die Frage eben spannend, will ich wirklich diese Last, mich von dieser Last befreien? Möchte ich die Diagnose verstehen, die Hintergründe erfassen? Und bin ich bereit, die Entscheidung zu treffen, gesund werden zu wollen? Was sich so lapidar, so banal anhört, es zeigt sich immer wieder, wenn ich einen Patienten frage, wie viel Prozent von Ihnen, mal so ganz spontan gesagt, wollen eigentlich gesund werden? Dann ist die erste Reaktion immer, natürlich will ich 100 Prozent gesund werden. Dann kommt aber ein kurzes Luftholen und Inhalten. Und wenn ich so ganz tief in die Augen gucke, dann kommt dann plötzlich, naja, eigentlich, da ist ein Teil in mir, der will gar nicht gesund werden. Vielleicht 20 Prozent, vielleicht 40 Prozent. Das heißt, ein Teil arbeitet dagegen. Das heißt, egal welche Medizin ich einsetze, solange wir in dem Teil nicht arbeiten, kann auch die beste Natur, die beste Schulmedizin nicht wirklich eine Lösung hervorrufen. Also der Wille zur Gesundheit ist wirklich eine Entscheidung, die getroffen werden will. Und dann kommt der nächste Schritt, kann ich mir Gesundheit vorstellen? Wie würde sich das wieder anfühlen, wenn ich meinen Kopf frei und leicht bewegen könnte? Kann ich also schon vorfühlen, das Ergebnis, das ich gerne in einigen Wochen hätte. Und dann ist ein erster Flockgesetz. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich will gesund werden. Ich habe ein Gefühl, wie sich Gesundheit anfühlen könnte. Es entsteht vielleicht schon ein Appetit. Und das ist, finde ich, heute die Aufgabe des ganzheitlichen denkenden Arztes, Menschen einzuladen, zu inspirieren, zu motivieren, eine Lust zu kriegen auf Gesundheit. Nicht aus Angst vor schlimmerer Krankheit, Angst besessen etwas zu tun, sondern Lust zu haben, das ganze biologische Potenzial auch leben zu können. Auf der Welt, wo hast du diese Motivation in der Medizin am meisten erlebt? Also ich glaube, in unseren Ländern kriegt man das von natürlich so Ganzheitsmedizinern mit dir so auf den Weg gebracht, diese Motivation in die Gesundheit zu gehen. Aber der klassische Weg, der ist ja wirklich eher durch Angst geprägt. Aber jetzt, du warst ja auf der ganzen Welt, welche Länder haben damit wirklich gut gearbeitet mit der Motivation? Sie haben mich alle inspiriert, ob es die Aborigines war oder jetzt zuletzt die Maasai. Wenn ich an die Maasai-Frauen denke, die ihre schweren Gegenstände auf dem Kopf balancieren, wie viel Würde steckt da drin, wie viel Aufrichtigkeit im Gang, wie viel Balance wird da geübt, aus ganz früher Jugend heraus Dinge zu balancieren. Da gibt es keine Atlasprobleme, da gibt es keine Nackenverspannung, obwohl das so schwere Gewichte sind. Da ist ein Gefühl für die Balance da und das hat mich da auch sehr, sehr beeindruckt. Aber ansonsten ist mein Zuhause eigentlich in der traditionellen chinesischen Medizin, die dann später ergänzt wurde durch die traditionelle chinesische Medizin und natürlich durch das Ayurveda. In diesen drei östlichen Systemen findet man eigentlich alle Antworten, die man sucht. Und gerade auch das Ayurveda, die Lehre vom erfüllten, vom gesunden Leben, vom gelungenen Leben, die bietet da einen Weisheitsschatz. Das ist einfach unendlich. Jetzt integrierst du natürlich auch das in deine Diagnostik. Was sind für dich wichtige Elemente in der individuellen Diagnose, wo du sagst, da unterscheidest du dich natürlich ganz klar von einem Laborwert? Wir brauchen erst mal Zeit. Zeit für eine Art Zuwendungsmedizin, wo wir über die Zeit, ich den Patienten kennenlerne und erkenne, wo sind seine Dysbalancen, wo ist er aus der Mitte, aus dem Gleichgewicht geraten. Und da integriere ich sowohl das modernste Wissen der modernen Labormedizin, wo wir ganz präzise Diagnosen stellen, wo wir genau gucken können, was fehlt, so dass wir nicht blind einfach Vitamine geben, davon viel mit den Minen nicht zu viel geben, sondern dass wir ganz gezielt Dinge einsetzen können, wo sind Entzündungswerte erhöht, so dass ich dann mit traditioneller Therapie, gespeist aus dem Heilschatz der verschiedenen Kulturen, des Heilwissens über der Völker, dann das genau passende für den Patienten einsetzen kann. Und so kommt modernes Diagnosewissen zusammen mit traditionellem Heilwissen, aber auch traditionelle Diagnose wie die Pulsdiagnose, ist Kernstück meiner Behandlung oder unserer Behandlung. Wie funktioniert das denn? Ich kann mir das immer, ich sehe immer, okay, man hebt dann hier, aber was spüre ich denn da wirklich als Arzt? Wir können die fünf Elemente abfragen mit den beiden Pulsen und das kann man sich wie fünf Batterien vorstellen, wie fünf Flaschen. Wir haben auch im Handy das Bild zu einer Flasche, wo man dann sieht, das Handy, die Batterie ist leer, leert sich dem Ende und wir müssen heute Batterien wieder auftanken. Wir brauchen ein Gewahrsein dafür, wann eine Batterie alle ist und dass dann der Zeitpunkt rechtzeitig ergriffen wird, um die Batterie wieder aufzufüllen. Und über die Pulsdiagnose sehen wir, wie es in diesen fünf Energiesystemen aussieht, ob sie voll sind oder leer sind. Und in unserem Falle ist es das Holzelement, das uns hier besonders interessiert. Mit dem Nacken? Mit dem Nacken. Eine Spannung im Holzelement können wir über einen ganz zackigen Puls an der Holzpulsstelle diagnostizieren. Dann wissen wir schon, dieser Mensch steht unter einer Adrenalindominanz. Das heißt, sein vegetatives Nervensystem mit Sympathikus und Parasympathikus ist aus der Balance geraten. Der Sympathikus ist viel stärker aus dem Parasympathikus. Und der Sympathikus geht dann in Aktion, wenn Gefahr lauert. Das heißt, hier greift ein Neandertal-Programm. Im Neandertal war es so, es raschelt im Gebusch. Und Adrenalinausschüttung. Sympathikus fährt hoch. Puls geht hoch. Blutdruck geht hoch. Zucker wird ausgeschieden. Immunfaktoren werden produziert. Ganz vieles macht den Körper kampfbereit, um jetzt gegen den Tiger zu kämpfen oder ganz schnell wegzulaufen. Ja, man merkt es ja auch, wenn man Nackenverspannung hat, man ist ja permanent genervt und gestresst, weil es sitzt einem da immer irgendwie. Die Muskeln spannen sich an, um den Fausschlag, um sich zu verteidigen oder um zumindest Haltstopp zu sagen. Und umso mehr wir durch Gedanken, durch zu viele Gedanken, meistens Gedanken, die aus dem Mangel heraus entstehen, da ist die Welt da draußen, ich erwarte etwas von der Welt. Ich will etwas haben. Wenn ich das nicht bekomme, wenn ich frustriert komme, in Anspannung. Erfolg, ich will Erfolg haben, habe ich ihn nicht, komme ich in Spannung. Wenn ich das und das nicht kriege, ich bekomme nicht, was ich will, komme ich automatisch in Spannung. Oder ich sehe durch Sorgen und Ängste Gefahren, die aber nur in meinem Kopf entstehen, die gar nicht wirklich real sind. Und Angst, Sorgen oder mehr haben wollen, mehr sein wollen oder die vielen Programme, die wir aus der Kindheit haben, ich bin nicht gut genug. Ich muss ganz viel tun, um gesehen zu werden, um gehört zu werden. Oder ich muss perfekt sein. Oder ich muss lieb und nett sein, um keine Verbindung zu anderen Menschen nicht zu verlieren. All das kann eine Adrenalindominanz auslösen, die so stark in Körperreaktionen hervorruft, als würde der Sägezahntiger schon seine Klauen auf meine Schulter legen. Also nimmst du dir dann wirklich auch Zeit für die Patienten, um auf diese Themen noch mal einzugehen? Und mit welchen Methoden arbeitest du dann, um wirklich diese Glaubenssätze oder diese tiefen Muster, die wohl wirklich eingebrannt sind, im wahrsten Sinne des Wortes, zu lösen? Also sie hängen wie Klebstoff an uns dran. Und das Problem löst sich nicht, indem wir oben Techniken anwenden. Natürlich habe ich da eine Vielzahl von sehr guten Techniken, können wir auch gleich darüber sprechen. Aber entscheidend ist immer, diesen Druck zu wandeln in eine innere hohe Gelassenheit und innere Stärke, die aus einem Menschen selbst herauskommt. Und da Anleitung zu geben zum Innehalten, um wieder Inhalt zu spüren. Inhalt, der dann inneren Halt gibt, sodass ich mich nicht anspannen muss, als müsste ich mich irgendwo festhalten. Und diese Spannung im Holzpuls zeigt eigentlich noch einen besonderen Aspekt an, nämlich, wenn da viele Situationen im Leben sind, wo ich Ja sage, obwohl ich eigentlich Nein meine. Wo ich gute Miene mache zu einem Spiel, das nicht mit mir übereinstimmt. Wo mein Seelen auftraut, wo mein Inneres einfach, mein Herz in eine ganz andere Richtung schlägt, aber ich gehe trotzdem nicht dahin, wo ich hingehen will. Dann entsteht eine innere Zerrissenheit, eine innere Anspannung, weil ich tagtäglich kämpfe gegen meine Natur. Als würde ich draußen gegen einen Sägezantiger kämpfen. Und dieser Stress, der lagert sich auch in den Muskeln und Bändern ab. Es kommt zu Fasschenverklebungen, es kommt zu Entzündungen an den Muskelansätzen, alles Ausdruck von bestimmten Übersäuerungsmechanismen, die mein System in der Dauerspannung halten. Und natürlich können wir hier mit guten Techniken, mit Akupunktur, mit Laserakupunktur, mit speziellen Klopftechniken, es gibt ganz viel, was wir da machen können, aber ursächlich müssen wir die Adrenalindominanz unterbringen. Und das geht in der Regel, indem wir die Gegenspieler stärken, den Vagusnerv, den Parasympathikus. Und der Vagusnerv ist der eigentliche Selbstheilungsnerv. Selbstheilung kann nur dann gelingen, wenn wir einen guten, einen starken Vagusnerv haben, weil der steuert alle Selbstheilungsmechanismen. Bei vielen Menschen ist es aber so, dass sie so im Kopf, so wenig geerdet, so stark im Kopf sind, dass sie durch zu viel denken und grübeln, auch wenn sie nach Hause kommen nach der Arbeit, nicht in die Entspannung reinkommen. Das heißt, der Schalter von Sympathikus zu Parasympathikus, es gelingt nicht, ihn umzulegen. Und dementsprechend kommt der Vagusnerv nicht in Aktion und das biologische Potenzial des Vagusnervs nicht brach. Er könnte selbst heilen, aber er wird nicht angeschaltet, weil der Körper weiter in dem Programm läuft. Ich muss mich verteidigen, ich muss, 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 muss. Jetzt bin ich natürlich gespannt auf eine Möglichkeit, diesen Vagusnerv mal in den Vordergrund zu bringen. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten, dass der wirklich aktiviert wird? Wir machen in unserem Zentrum am Stein oder Meer, machen wir unter anderem ein Stress-LKG. Über die Stress-LKG können wir sehen, wie stark gerade der Sympathikus ist und wie stark der Parasympathikus ist. Und am Ende dieses EKGs lasse ich die Patienten nach einer bestimmten Atemtechnik tief atmen. Und dann können die Patienten innerhalb von zwei Minuten sehen, während sie atmen, wie der Vagusnerv aktiviert wird und hochkommt und der Sympathikus runterkommt. eine Technik. Motiviert ja schon mal, wenn man es sieht. Ja. Und wenn man das einmal bei sich selbst schwarz auf weiß gesehen hat, wenn man die EKG-Ableitung hat und sieht, wie durch zwei Minuten Atmen das System in die Balance kommt, dann versteht man sofort, warum die Asiaten uns aus der chinesischen, aus der tibetischen, aus der ayurvedischen Medizin schon seit 40 Jahren rüberrufen, atmet, meditiert und atmet. Jeder Therapieansatz müsste eigentlich anfangen, damit erstmal in die Stille zu kommen und nur zu sein, zu atmen. Weil während man atmet, ist man in der Regel da, wo Leben stattfindet, im Hier und Jetzt. Und das Hier und Jetzt ist eigentlich immer in Balance, ist immer in Ordnung. Erst wenn der Kopf anfängt, was kommt als nächstes oder was war gestern, wenn ins Wenn oder Aber oder in die Bewertung kommt, dann geht es schon wieder los, dass die Adrenalin-Dominanz zunimmt. Und dann ist ein weiterer Aspekt nicht nur die Stille, sondern auch wenn man viel runtergeschluckt hat, der beste Weg, um Stress abzubauen, ist natürlich Sport. Also am Tag 20, 30 Minuten etwas zu tun, wo der Körper wirklich aus der Puste kommt. Ob das dann intensives Yoga ist oder ob das Fahrradfahren oder Walken ist, ist egal. Hauptsache wir kommen richtig innerlich in Spannung, so als würde ein Kampf stattfinden und damit all das, was der Körper vorbereitet hat an Stresshormonen, die bereitstehen für den Kampf, dass das jetzt auch benötigt wird und damit abgebaut wird. Also auf der einen Seite Anspannung, Entspannung. Ja und gerade vorm Sport oder wenn ich merke, ich habe jetzt hier den ganzen Tag Homeoffice gemacht und meinen Nacken ist wirklich, gibt es da irgendeine schnelle Möglichkeit oder Übung, wo man wirklich sagt, okay, da kriegt man mal auch von außen noch eine Entspannung rein, wenn man sich im Inneren schon damit... Ja, wir dürfen uns auch erlauben, immer wieder auf den Atlasnerv zu gucken. Das ist so ein ganz... auf den Atlaskörper, das ist der oberste Wirbelkörper, der erste Halswirbelkörper. Und dieser Atlas hat eine ganz starke Schlüsselfunktion, weil wenn der ein bisschen verschoben ist oder wenn der durch Fehlhaltung, gerade beim Sitzen, in die Schräglage kommt, hat es sogar Auswirkungen auf unseren Schlaf, auf den Vargusnerv, der für Schlaf verantwortlich ist. Und der Vargusnerv kann da nicht richtig in Aktion kommen. Wenn da eine Fehlstellung ist. Und man kann tatsächlich eine ganz einfache Übung, ich kann sie ja mal spontan zeigen. Ja, gerne. Sag mir einfach, was ich tun soll. Ich finde, die eine Hand hier so hinlässt und die andere Hand hier oben auf den Kopf. So. Und während der Rücken gerade ist, jetzt den Kopf nach vorne beugen, so schräg rüber. Und dann so ganz leichten Zug ausüben, bis du merkst, genau hier, wunderbar. Also ich drücke die Schulter runter und ziehe sanft am Kopf. Genau. Hier spannt sich jetzt der Trapezius an. Und durch diese Dehnung lockert sich das. Und auch der Atlasnerv kann dann langsam Stück für Stück in seine ursprüngliche Position reinrutschen. Das Ganze muss dann aber auch umgekehrt nochmal stattfinden auf der anderen Seite. Nicht, dass hier auch nochmal eine Spannung aufgebaut wird in dieser Linie zur Schulter. Ja, genau so. Ja. Dass man spüren kann, auch hier. Also ich drücke jetzt bewusst wirklich die Schulter runter und ziehe am Kopf, dass ich so diesen ganzen Strang spüre. Genau. Und dann gibt es noch eine dritte Übung, die jetzt auch noch kommen sollte. Beide Hände auf den Kopf. Und jetzt den Kopf nach vorne runterziehen. Aber dabei muss der Rücken ganz gerade sein. Okay. Beide Hände, dass hier ein Hohlkreuz entsteht. Genau. Ganz aufrecht. Und jetzt langsam Zug aufbringen. Ganz vorsichtig, ganz langsam. Und das ist etwas, was auch die Muskulaturen löst und damit dem Atlaswirbel die Möglichkeit gibt, in die richtige Position reinzurutschen. Und wie lange soll ich die Position halten? Also die, die ich jetzt einzeln... Na ja, jede Seite schon so drei, vier Minuten. Okay. Aber der Zauber liegt daran, dass in diesem Moment tief geatmet wird. Okay. Gerade wenn sich dann so ein Schmerz zeigt, dann in den Schmerz gerecht reinatmen und Beobachter sein dieses Schmerzes, der dann da so ein bisschen kommt und geht. Und es ist ganz erstaunlich, wie schnell man, wenn man das mal eine Woche lang macht, wie schnell man dann Erfolge hat. Aber auch die kurzfristigen Erfolge merkt man schon. Und in dem Zusammenhang ist es auch hilfreich, wenn man Schlafstörungen hat. Wir neigen alle dazu, im Schlaf so ein bisschen Embryonalstellung einzunehmen. Das heißt, die Beine anzuziehen. Das ist eine sehr liebevolle Ausdrucksweise. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass wir deswegen die Beine anziehen, weil wir den ganzen Tag nur sitzen. Das heißt, wir würden dann die sitzende Position mit in den Schlaf hineinnehmen. Und der Körper hat gar nicht mehr die Möglichkeit, sich richtig lang auszustrecken. Das heißt, die perfekte Schlafposition ist, flach auf dem Rücken zu liegen. Im Idealfall mit so einem kleinen Mini-Kopfkissen, das nur den Gedanken eines Kopfkissens nähert, aber ansonsten den Körper wirklich flach liegen lässt. Das machen ja die Urvölker, oder? Genau. Da ist es ganz normal. Die schlafen ja auf so einem Holzbrett, in diesem Buf-Weiße-Masai. Da lag ja so. Und da verteilt sich das dann auf die gesamte Länge. Und wir geraten nicht in die Situation, dass durch zu hohes oder zu tiefes Kopfkissen der Körper kreuz und quer durchgebogen ist. Also die perfekte Schlafhaltung ist glatt auf dem Rücken. Und damit dehnen wir den Körper, sodass er dann im nächsten Tag auch viel leichter sich aufrecht bewegen kann. Ja. Also wenn wir jetzt wirklich sagen, wir gehen, wenn ich dich immer so höre, mit diesem ganzheitlichen Ansatz, anstatt jetzt in ein Wellnesshotel oder irgendwas zu gehen, zu sagen, ich nehme mir mal eine Woche wirklich bei dir Zeit am Steinhuder Meer. Und ich habe jetzt mal nur präventiv Lust zu gucken nach mir, sich um mich zu kümmern. Was mache ich in der Woche? Also auch wenn ich sage, ich komme mal präventiv ohne großen Wehwehchen. Ja. Also das Entscheidende ist, dass wir frühzeitig, bevor es zu Krankheiten kommt, schon sehen, wo sich Dysbalancen aufbauen. Und das sehen wir auf der einen Seite in einer supermodernen Labordiagnostik, auch in einer Mikrobiom-Diagnostik, weil der Darm immer noch das Schlüsselorgan ist für alle Krankheiten. Und da haben wir schon mal eine sehr, sehr gute Möglichkeit, hier zu erkennen, wo sich hier Krankheitspotenzial aufbaut. Dann machen wir ein Stress-LKG, wo wir sehen, wie stark ist die Adrenalindominanz. In einer ganz normalen, entspannten Gesprächssituation reagiert das vegetative Nervensystem in einer entspannten Situation ausgeglichen? Oder ist die Anspannung einfach nicht abzuschütteln, obwohl alles entspannt ist? Und dann haben wir natürlich die Pulsdiagnose, Augen-Zungendiagnose, Patienten anfassen, wirklich ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo ist der Patient aus seiner Mitte herausgeraten. Und dann können wir mit chinesischen Heilkräutern, mit Infusionen, mit Akupunkturen und natürlich vielen Gesprächen, wo es um die wahren Hintergründe dieser möglichen Krankheit, die sich da anbahnen könnte oder zu die das vielleicht schon gekommen ist, die wollen wir natürlich erarbeiten. Und so ist es also ein Rückzug. Da gibt es kleine Häuser, die man direkt am Wasser mieten kann, wo wir dann täglich in die Praxis kommen für ein, zwei Stunden. Und da machen wir dann Behandlungen, auch Infusionen, wo wir dann das Fehlende auffüllen, sodass hier also präventiv im Anti-Aging-Sinne ein Flock gesetzt werden kann für langes, gesundes, erfülltes Leben. Ja, cool. Super. Ja, lieber Ingrid, es hat mich wieder riesig gefreut, dass du da warst. Kurz zum Schluss, gibt es noch irgendeinen Tipp aus der Weltapotheke, Ethno-Health-Apotheke, wo du bei Nackenverspannungen einsetzen würdest? Es gibt ein pflanzliches Schmerzmittel, das nennt sich Weidenkraft, eine Rezeptur aus Rinden, von denen wir wissen, dass sie heute muskelentspannend, schmerzlösend wirken. Wir haben eine alte, traditionelle chinesische Rezeptur, Zytola-12, bei allen rheumatischen Erkrankungen, Fibromyalgie, Nackenverspannung, ein Mittel, das Faszienverklebungen löst und auch die Entzündung an den Ansatzstellen der Sehnen behandelt. Und wir haben einen Rheumakomplex, der nochmal speziell mit Kurkuma, Ingwer, Weihrauch, mit sehr hochdosierten Extrakten arbeitet, um diese Entzündungsprozesse runterzufahren. Wow, hört sich auf jeden Fall gesund und effizient an. Ja, vielen Dank, dass du da warst und bis bald hoffentlich. Ja, bis bald. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, falls Sie einige von diesen Tipps nochmal in Ruhe nachschauen wollen, dann finden Sie auf unserer Webseite www.qs24.tv die Kontaktdaten zu unserem Gast. Sie geben einfach in der Suchleiste Dr. Ingfried Hobart ein und dann finden Sie alle Interviews zu ihm und eben auch Adresse und alles, was Sie so brauchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss.